chat herzlich willkommen wir spielen weiter gta 5 heute sollen es ungefähr drei stunden sein weil gestern war schon ein bisschen übertrieben muss man nicht sagen aber somit haben wir zumindest alle drei hauptcharaktere kennen gelernt und er hier der trevor ist definitiv der wahnsinnigste bin mal sehr gespannt wie seine crazy story weitergeht und würde mich natürlich freuen wenn ihr mit am start seid danke schon mal an die frühen liker und einen schönen abend wünsche ich habe noch ein bisschen was an den sound settings umstellen müssen weil ich jetzt hier auf die kabel gebundenen in ihr umgestiegen bin schreibt mir daher bitte auch noch mal ob das so passt vor allem wenn es dann in eine schießerei geht oder ob ich bisschen reduzieren soll wie war es auf dem klo ich habe versucht aber es ging nicht kam nichts raus geile karre kann man die ausleihen um ein rennen zu fahren oder was bedeutet das da auf der mini map da ist ja so ein rennen zeichen ach ne wahrscheinlich kannst du dann ein rennen gegen ihn fahren oder und straßen rennen ok es muss aber ein geeignetes auto sein alles klar bis jetzt passt der sound sehr schön aber ja wie gesagt noch mal bescheid geben dann wenn es in die schießerei geht bei trevor kann es sich dabei nur um wenige minuten handeln er ist gebannt hoffentlich werde ich nicht gebannt er ist he's won band him hey up mit i can't band him he's my goddamn husband he's young enough to be your son ain't the internet a beautiful thing honey anyway if i saved your husband now get me a drink i got a meeting ok but any more bodies turn up in my bar i swear i will not serve mr phillips ah here he is yes mr chang pleasure to meet you oh no i am mr chen's humble translator mr chang now wo taotama de zin shi shuan fan la you all speak spanish speak it to each other mr taochong is pleased to meet your acquaintance oh yeah he seems it wo so rin shi ni zin shi tai haula er sieht einfach aus wie ein bekiffter hideo kojima oh oh okay okay no don't go please i beg you if you go his father kill me why do i give a fuck you don't but we hear that trevor phillips cooperation is serious business we pay good price things work out we partner make big money i'm rushing well let me show you the operation this is us zum mev labor oh scheiße einen umgefahren ey was muss der idiot mir auch voll reinlaufen die azteckes are coming they think you took out ortega they ain't mistaken well get down here and take them out too you sure your boss don't want this crank for his own personal consumption die stimmen hört man auch ganz gut is very specific he wants good reliable source of methamphetamine we will buy from you here and distribute using established networks i'm worried that might dilute what our operations all about we're part of the slow meth movement bio regional locavores only Mr. Cheng Senior has much money i wouldn't be the first man to throw morals out the window for a paycheck what the heck what the heck he said he said he's waiting for us to make a decision shit Trevor we ain't got long whoa 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 manor shaft these are our guests all right we got Mr. Cheng and his humble servant hey 老兄 nice to meet you Trevor we ain't got long till they get here everything in its time all right gentlemen please come check out the storage facilities go now nice right nice right there you go ample room inside Mr. Cheng please sir if you will let me out no super tour will recommend shortly gentlemen should we get the guns yes chef help me so lost if i knew we were having visitors put that little spring clean no long has never been long has not happened long has not had to go but put him Mit ihm haben wir ja auch diesen Rage-Mode. Den ich zwar ein bisschen crazy finde, aber sollten wir klug nutzen dann. Ey, die weiße Karate da rechts, die ist geil. Man hat eigentlich super viel Munition in dem Spiel, ne? Muss man gar nicht so drauf achten eigentlich. Finde ich. So räumt man hier auf. Spiel mal FNAF. Hab ich doch gemacht. Ich hab den neuesten FNAF gespielt, inklusive DLC. Ok, ich glaub ich geh auch runter. Oder hier hin. Also noch brauch ich den Rage-Mode nicht, deswegen spar ich ihn. Da kommen noch mehr von der anderen Seite. Also die Musik ist echt immer ziemlich nice finde ich. Ja gut, jetzt könnte man langsam über Rage-Mode nachdenken, wobei die jetzt auch so dumm sind und zu der Gasflasche rennen. Ich lass sie mal machen. Um alle gleichzeitig wegzuhauen. Oh. Wobei er hat überlebt, scheiße. Das war schon besser. Das ist so geil. Hey, das war ich nicht. Dafür kann ich jetzt nichts. Selbst. Selber schuld. Können wir diesen Granatwerfer bitte behalten? Oh. Runter? Okay. Achso, jetzt kann ich den nicht mehr verwenden. Okay. Dann Rage. Und rein da. Rage zwar auch ein bisschen lächerlich, aber nutzen wir es einfach aus. Das ist ein Platz für Business. Ortega und Ned und Sojin Crew. Geht zurück in den Sinn und warte auf den Lauf. Ich sollte die chinesische Delegation schauen. Sie könnten einen chillen. Ganz normaler Tag im GTA. Ja. Ja. Okay. Time to recommenzen. Gentlemen. Ha ha ha. Woo hoo. Woo. Woo. I think we have seen quite enough. Kaijong. Das ist Hamil da. Oh. I'll swing by and sign the contracts. All right? Just ignore the bodies. Hey Trevor. Are we still gonna cook that batch? Fuck yeah. Okay. Lufti. Danke für 2,50 und... Was? Äh. Einfach überschreiben? What the fuck? Äh. Ja. Haha. Keine Ahnung. So. Lufti. Danke nochmal für die 2,50 und fürs Reinschauen. Übrigens für die, die es interessiert. Ähm. Ich hatte tatsächlich nur 3 Musikclaims, die ich aber alle 3 entfernen konnte. Das Video ist trotzdem gelb natürlich. Aber es liegt am Spiel und das verstehe ich. Aber es sieht so aus, als müssten wir jetzt nicht so unendlich Angst haben wegen der Musik. Ich schalte sie trotzdem nach Möglichkeit aus, aber... Ja, wenn mal ein bisschen was zu hören ist, dann scheint das jetzt nicht allzu wild zu sein. Das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. Finde ich. Ja. Also, dass es gelb ist, äh... Werde ich nicht widersprechen. Das stimmt natürlich, äh... Doppelt und dreifach. Alles gut. Jo, kannst du mal mit deinem Motorboot bitte abzischen, Alter? Woher komm, ich bin ein deutscher Neider. Ich gönne dem das nicht. So. Schramme. Meinungen zu den neuen Pizzataschen bei Meckes. Habe ich nicht gegessen, aber was ich davon gehört habe, soll wirklich unterirdisch sein. Aber ich weiß es halt nicht. Ich kenne aber niemanden, der die fühlt. Aber schon nervig eigentlich. Ja, also die Musikclaims sind wirklich sehr, sehr nervig auf YouTube. Die Monetarisierung verstehe ich ja hier komplett. Oder eingeschränkt ist es ja nur. Als ob es da vorher nicht schon so aussah. Das... 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 Das statue hier, von impotent rage... Das... Das... Das war mehr für mich als Johnny K. Man hat jemanden und sie es schraubelt. Das... Die... 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 5, find'em. Los Santos, is a big, big place Trevor, there's lots of people. You are fucking useless! Huh? Find out who did that fucking robbery, alright? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah. That's better. Run along. Loll. Now, Ron. Shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek of it. I got a swing by ammunition. Go to Sandy Shores Airfield. Check it out. Oh, cool. Können sie Quads fahren? Ne, ich wollt' den blauen haben. Passgamer und ShaddickTV, danke für eure Mitgliedschaften. I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Oh, man. Melvin! How do you feel about Brand Synergy, huh? TP Industries. Ammunation. That sniper rifle looks like it'll do the job. Ja, die ist sogar gratis. Ist die auch gut? Oder sollen wir eine andere nehmen? Gibt's überhaupt noch eine andere? Nicht so wirklich, ne? Jill, do nicely. You got a scope and a suppressor for this? Ja, komm. Äh... Schuss. Haben wir ja noch 20 mehr gekauft. Mh... Der Rest ist aber schon krank teuer, ne? Lohnt sich jetzt nicht. Ich glaub, das passt so. Die Mission ist easy. Die, die jetzt kommt? Also die gerade war jetzt auch nicht schwer, aber sehr unterhaltsam mit dem Granatenwerfer. Ich glaub, das ist alles, was wir hier brauchen, oder? Ja, die ist auch sehr gut und die musst du nehmen. Okay. Moment. Wir brauchen doch noch das Zielfernrohr. Wo ist denn das? Also da ist es ja eigentlich auch aufgelistet, aber... Ach so, das Verbesserte muss man mitnehmen hier. Ah, ja. Jetzt zufrieden? Ne, Schalter im Verbrummer auch noch. Aber ist doch angehakt. Hey, weird. Warum ist das angehakt, wenn ich es eigentlich noch gar nicht habe? Aber okay. Layla Zelda, danke für drei Monate. Auf PS5 oder PC? PC-Version. Steht eigentlich auch in der Beschreibung. Ein klick. Run! 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 I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out. Cause there's bikers all over this airstrip. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. With honor? Yes! We are! Did I get a hook? I'm waiting at the water tower. I like this steppengegend here. I like this steppengegend here. It's also very cool. The Haken shows that you bought it. Yeah, good. But I think, I think, can you then also directly, um, get rid of it or not? Wait a minute. How do I get up? We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? You get a better view from the top. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right. Right. Got it. Now relax. Here? The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here. By the road. I think I'm going to be sick again. Over by the road. Drüben auf der Straße. Ja, wo? Hey, wo ist der Typ? Trevor? You see me? Nein! Gib mir ne bessere Beschreibung, du Honk. Kannst du mich sehen? Digger, wo ist der? Lol? Here. By the road. Auf Minimap gucken? Ne. Da schaue ich ja. Da ist ja nix. Over by the road. Da ist halt ein blauer Punkt, aber... Joa. Da sieht er nix. Trevor? Ich habe auf die Karte geschaut, Guys. Deswegen habe ich ja auch links gesucht. Ich habe die Karte wirklich immer entdeckt. unter der Kontrolltower. There! There's a guy there, Trevor! Guy? What, what guy? Right there! Can you... Could kill, Trevor! Come on! Keep it moving! Aber ja, ich denke, es wäre besser, den Pfeil, also uns, immer direkt darauf auszurichten. Dann... Ist es einfacher. Die Lichter über dem Turm... Das hier? Ja, welche denn? Die unten am Tower? Ja, dann müssen es ja die sein. Ja, dann müssen es ja die sein. Ich habe keine Ahnung, welche Lichter der meint. Ich habe keine Ahnung, welche Lichter der meint. So bright! Come on, man! Please, just get him out! There's one! And there's the other! Warum? Das ist doch kein Turm! Das ist doch kein Turm! Lieferwagen, wo ist der Lieferwagen? Ist es vorne ein roter Punkt? Ja, aber ich sehe keinen Lieferwagen. Weil müsste... müsste der nicht fahren eigentlich? Der Bro sagt auch gar nichts mehr. Alter, mit der Belichtung ist es halt auch doppelt so dunkel. Ach, da unten, Bro. Da ist er. Okay. Ja, Stealth und Sniper, nicht mein Ding. Versuchen wir es weiter. Alter... Aber was war jetzt genau das Problem eigentlich? Was war jetzt? Hey, Leute, woher ist das? Ja, Leute! Das sind ja an. Auf die Hände aus denen! Was eine Spiegel ist, ja? Dann gehst du zur約! Dann gehst du jetzt! Ich gehe! Dann gehst du sie mit. Okay? They got a guard at the bottom of those steps. Under the control tower. Good kill, Trevor. You're walking like you shot yourself. Move. You hear that? I can hear a engine. They'll see that body. Maybe if you shoot those lights on the tower, it won't be so obvious. There's one. And there's the other. I'm talking. Good. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Hey, oder hab ich das auf ernst nicht bemerkt? Oh, haha. So. So. Was jetzt? Hä? Ja, darf ich nicht schießen, oder was? Aber alle schreiben, schieß. Mach ich's, ist die Mission verloren. Also, jetzt schieß ich mal nicht, obwohl alle sagen, schieß. Warten, bis er raus aus dem Auto ist. Ah, ich hasse die Mission verloren, einfach. Oh, cool, dass er darauf reagiert, dass ich die, die ich da schon ausgemacht habe. Aber den soll ich jetzt hier auch aussteigen lassen, oder was? Ja, okay, aber vorhin hat, hey, beim allerersten Mal hat er doch gesagt, baller den ab. Hey, das war doch beim ersten Versuch genau so. Nein, den werde ich jetzt wieder nicht finden. Ja, es ist wirklich krank dunkel bei mir, das sieht bei euch heller aus. Oh, nein! Bottom of the tower, another guy's on his way. He's found there, amongst the bodies. Okay, I'll get to him. Quick! He's about to race the alarm! Take him out! Clean shot, Trev. There's another guy at the top of the tower. He's probably looking for his buddy. He found him! Take him out, or he'll trip the alarm! So long, sailor! Get your sights back on me, Trev! I'm scared! You got them sights on me? I got you in my sights, so get a move on and plant that bomb on the gas tank! I can't! There's someone coming out of that building! I can hear him at that far door! Someone's coming out the far door, man! Killen, ja? There's a second guy coming out of the building! Good kill! Ich trau mich jetzt immer nicht zu schießen! Aber gut. I'm fixing it! Don't let him sneak up on me, okay? And whatever you do, don't hit the tank! Please, man! I think someone's coming! Shit! Shit! He's on to me! He sees me! He sees me, Trevor! Ich hab' ihn! Can you hear that? Chopper! What the fuck? I've always hated that Chopper! Just fucking drive! Oh man. Ist das nicht, dass bei YouTube die Videos dunkler gemacht werden? Ja. Trotzdem ist meine Monitoreinstellung aber anders als das, was ihr seht. Und bei mir ist es generell etwas dunkler. Also vor allem wegen dem Gegenlicht, ihr dürft ihr das Gegenlicht nicht vergessen. Dunkle Passagen immer schwierig. Dunkle Passagen immer schwierig. Ich bin einfach auf dem Weg. Der Plan! Schau, ich werde es mitbekommen, wenn du die Raufbahn steigen kannst, ich nicht... Ich... 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 Zeit aufzuräumen. Ja, ich glaube, da renne ich lieber mit Rage Mode hin. Dürfte einfacher werden. Wo sind die anderen zwei? Ah, dahinten, dahinten, nein. Oh, 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 oh. Das sind wieder sehr viele. Einer noch. Okay. Oh, fliegen wir jetzt? Das ist so gut. Das ist so gut. Gute Nacht Lieg los Mach schon Oh scheiße No Als ob So schlecht war das doch jetzt aber gar nicht Das Segment auf dem Flügel ist echt schwer Okay, immerhin Also werde ich jetzt einmal nicht gehatet Ja, was braucht der auch so lang, Mann? Der sitzt da drin, als wenn es so Für. Eine reine Unterhaltung wäre So komplett unbeteiligt Ach, die schießen ja sogar von hinten Wie fies ist das denn? Wahrscheinlich bin ich deswegen gestorben Ich hab nur auf die vorderen geachtet Digga, es sind einfach überall Gegner Man ist eigentlich gezwungen Hier Rage Mode zu aktivieren Sonst, sonst wird Ja toll, den da drüben kann ich jetzt nicht treffen Weil ich sonst meinen Piloten kille Nee, da bin ich auch oft gestorben Okay, nice Oh fuck Wie, 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 wie fliegt man denn? Die hebe ich ab Die hebe ich ab Ich glaube, das ist wieder eine Sache für den Controller Und bevor ihr fragt Ja, ich hab G gedrückt Nein, alles von vorne? Ach komm, was ist das für eine Scheiß Mission Das ist das erste Mal, dass man in dem Spiel fliegt Und dann sowas Ich hoffe, mit dem Controller ist es einfacher Meine Fresse Wo ist der? Ja! Ja! Das ist ein, für Sie, Permit-Dubstrick! Oh, da ist viel Platz für ein Passagier! In der Bayer! Schau mal! Ich sagte meine Kontakt zu treffen uns auf der Straße Hey, da ist ein Bliker auf deinem Weg, Trevor Ich bin bewusst Ja, ok. Controller viel geiler wieder. Alles klar. Wow, trotzdem kompliziert. Scheiße. Nein. Wo ist das? Die Flugkünste kannst du mit dem Fliegenwert verbessern. Boah, da wird einem ja richtig schlecht. Soll ich versuchen unten drunter zu fliegen? Nein. Nein. Einfach nein. Aber hier vielleicht. Oh, das gibt sogar hier, äh, Enchiefment-mäßig. Habt ihr alle nicht gesagt, die Mission ist schwer? Ich finde die asozial, äh, einfach. Ich finde die asozial schwer. Und jetzt wo ich gestorben bin, sagen auch alle, dass sie da tausendmal gestorben sind. Wenn dir schlecht wird, spiel nicht in Ego. Oh, stimmt. Warte, ich flieg mal hoch, dann gucke ich mal kurz durch. Oh mein Gott, nein. Was zur Hölle. Nee, das geht gar nicht. Alter, wie soll ich das Ding eigentlich landen? Ich hoffe, das war jetzt niedrig genug. Ich hoffe, das war jetzt niedrig genug. Ich will aberchere deine Karkasse und wrap dich in Cheesecloth. Also es ist zwar ganz geil, aber... Oh Gott. Da kriegt man... ...würdig Popsmärchen. Dagegen ist ja VR... ...nichts... ...würdig Popsmärchen gehen nach Mexiko? Mexiko! Ja! Der Mann auf dem Boot ist Oskar Gussmann. Er ist in mit den Kartellern. Wenn es ein Markt gibt, könnte das ein Weg sein, um die Veränderung zu erhöhen. Ich habe das nicht gedacht. Wir können uns das in Oskar kaufen, aber lass das mit mir, Ron. Entschuldigung, dass wir uns das fragen. Aber ist deine Kontakt? Für dieses Kindes? Weil ich habe die Begründung für die Begründung, und meine Begründung. Oh! Er betrifft! Mehr als in diesem Land. Das ist das Problem! Wir sprechen über die exaktische Begründung, wenn wir gegründet sind, okay? Okay, Team! Der Flugteil der Mission ist ziemlich schwer, wenn man nicht fliegen kann. Ja, aber... Verreckt bin ich da ja noch nicht. Was haben wir davor? Das war schon arg fies alles. Imagine, wenn du bei der Landung st... ...stürzt, dann... ... alles von vorne. So, also jetzt B. Ach, verdammt, wir sind doch viel zu hoch! Oh, scheiße! Nein! Die Landung hat an sich funktioniert, aber die Landebahn war zu Ende. Oh, Bro! Oh, Bro! Es war aber sowieso so klar. Naja, immerhin gibt es hier einen Checkpoint. Das hätte an sich funktioniert, wenn wir noch, keine Ahnung, fünf Meter oder so hätten rollen können. Ey, Mann! Die zweite Mission ist schon der absolute Bruch! Oh, Junge! Für Fahrradfahren gibt es ein Tutorial, aber für Flugzeug nicht. Macht Sinn. Die Landung ist das Schwierigste. Jaaaa! Die Landebahn war jetzt auch nicht sonderlich gut gekennzeichnet. Du musst halt schon möglichst früh tief fliegen. Ich glaube, im zweiten Versuch kriegen wir es hin. Drück R, B und R, L zum Drehen. Oh, guter Tipp! Danke! Das ist wirklich nice! Ja, 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 das ist viel besser. Boah, aber wir sind trotzdem so schnell! Kommt, zweiter Versuch wäre insane gut. Ich sehe diese scheiß Landebahn einfach wieder nicht da vorne, ne? Ja, hier, okay. Kamera. Runter. Ausfahren. Fahr doch aus! Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind... Damn! Warum? Warum ist das so krank schwer? Scheiße! Und dann auch noch der Checkpoint 300 Kilometer entfernt. Tiger! Tiger! Scheiß auf die Kamera! Ja... Blue! The Swap, Boss! So the guns are going to Mexico? Mexico! Yep! Guy in the boat... Was macht er? Alle schreiben Y für Bremsen. Habt ihr mich verarscht, ihr Bastarde? Ey, ihr seid doch auch wirklich ein Scheißhaufen. Hübschlandes Aussteigen und nicht Bremsen, ihr Keks. Fickt euch! Oh, Mann. Ich blend den Chat aus, Kappa. Aber wie überzeugt er auch einfach rausgesprungen ist. So, kein Bock mehr. Tschüss! Okay, was ist jetzt von Real Bremsen? LT, oder nicht? Ich mein, wenn RT beschleunigen ist, dann sollte Bremsen auf RT liegen. Auf LT, Gottverdammt. Bro dachte, er könnte safe auf die Lini. Ohhhh... Warnier nutzt es aus, dass ich die Steuerung nicht kenne. Aber es kann nur LT sein. Ja. Scheiß asozialer Chat. Bremsen mit LT, diesmal wirklich. Ja. Es muss LT sein. Mann. Abfuck. Also, das ist die größte Bruch-Mission. Schlimmer wird es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ich hole diese scheiß Räder jetzt auch früher raus. Könnte mich mal am Arsch lecken hier mit Kamera und dann ausfahren. als Maul. Nochmal die First-Person-Taste drücken, um die Kamera rauszufahren. Okay. Ja gut, ein bisschen noch. Ja. Wow. Wie lustig es ist. Ja, immerhin, immerhin. So, pass auf. Ich hole jetzt schon die Räder raus. Ist mir scheißegal. Ist mir egal. Zwar nicht auf der Landebahn, aber gelandet. Darf ich jetzt raus? Nein, darf ich nicht. Ich muss zum Hangar. Wehe, das Scheißteil explodiert jetzt an den Busch oder so. Könnte mich überhaupt nicht mal alle am Arsch lecken. Warte mal. Da rein ist schon right, ja? Bro. Bro. Warum nicht einfach landen und gut ist, verdammt. Was ein Bruch. Viel früher bremsen beim nächsten Mal. Okay. Ja. Nach YouTube fange ich bei Ryanair an. Das war wirklich die schwierigste Mission von allen. Kann jetzt verschiedene Immobilien kaufen? Ja. Okay. Aber es ist dann einfach nur so, dass mein Zuhause nicht mehr so versifft aussieht, oder? Hat das noch andere Vorteile? Achso. Können vermietet werden. Können vermietet werden. Alles klar. Aber ich glaube, das ist auch eher so für Sidebreasts. Yo. Plus 62k. Okay. Also immerhin hat sich der Bruch gelohnt. Sheesh. Also ob ich nochmal fliegen will? Ich weiß nicht. War eine wilde Nummer. Also es ist auf jeden Fall gut zum Geld verdienen, das mit den Immobilien. Alter, ich brauche ein Auto hier. Warum lassen die mich mitten im Nirgendwo raus? Ja, ich versuche möglichst alle Dialoge zu lösen. Glaubt das oder glaubt das nicht? Lanz und Let's Show für das neue Avatar Game of PS5. Nein. Du musst bald in den Helikopter. Ach Bruder, no. Dabei dachte ich, wir hätten jetzt das Schlimmste hinter uns gebracht. Bremst du ab, wenn ich da stehen bleibe? Gut. Häuser. Einfach erschlagen. Scheiße, Mann. Kannst du ja ein Taxi rufen? Wie geht das denn? Das haben wir noch nie gemacht. Der Helikopter ist aber noch mal leichter als Flugzeug. Oh, okay. Okay. Helikopter ist einfach. Okay, also nur drei Tode, sagst du? Perfekt. Und wegen Stopp. Mit dem Handy kann man Taxi rufen, kostet aber. Und dann kann man sich auch porten, glaub ich, ne? Aber eigentlich fühle ich das, dass wir die ganze Umgebung auf diese Weise kennenlernen. Klar, man würde schneller von einer Story müssen zur nächsten kommen, aber... Dann siehst du auch nichts. Hat Vor- und Nachteile. Warst du schon mal im Internet mit dem Handy? Ist ein Blick wert? Nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da auf P-Seiten lande. Wenn ich mit seinem Handy ins Internet gehe. Na 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 na... Na 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 na. Wie ist es denn? Na 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 na. Ich glaube, dass ich meine Organisation solle Wettbewerbe kann. Und ich glaube, dass ich meine Organisation solle Wettbewerbe ist. In short, das ist es du und ich. Jetzt gib mir doch mal das, Max. Ich bin Angst, wir wollen einen anderen Weg gehen. Was? Wir wollen andere Möglichkeiten exploreen. Das ist ein Schmuck. Wollen wir uns mit dir helfen? Hör auf! Wir wollen ein bisschen größer. Wir wollen die Drogen, vielleicht auch die Drogen. Das ist mein Leben. Ich meine, ich war ein Kind, ich habe eine große Sache. Ich wollte immer ein internationales Drogenbewerb. Und ein... Weapons-Trader. Eine Minute noch, dann ist eine Code. Das ging ja sogar noch glimpflich aus. Okay, also, ins Internet sagt ihr, da sind viele lustige Webseiten mit vielen Details, okay. Cool. Alter, diese Werbung hier. Wo kann ich mich abonnieren? Jetzt, ob man da sogar was suchen kann. Was? Ich trau mich nichts einzugeben. Aber ist schon nice, dass ihr da so viele Details habt. Scheiß einbauen. Halt aber auch schade, dass es offensichtlich nicht ganz übersetzt wurde. Ja, wobei teilweise. Joa. Schon lustig. Moment. Wie komme ich eigentlich hier wieder raus? Ist das dann bei jedem Charakter auch was anderes? Jetzt gibt es sogar eine Scientology-artige Sekte. Da kann man später mit Michael beitreten. Was? Kannst deinen eigenen Radiosender erstellen und No-Copyright-Songs einfügen. Oh. 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 Der Wood whole Neue! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor. It's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, fella. You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earle, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Darrel, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones Because I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family method you got when I'm done Kann Aktien Kaufen Warte, wir fahren kurz zum Ziel, dann kaufe ich paar Aktien Und die Maus war wohl ein Mittelfinger, ist mir gar nicht aufgefallen. Das zeige ich dann auch gleich nochmal. Und wir können meinetwegen in den Autoshop schauen. Ähm, wo muss ich da hin? Warte, die Maus ist doch gar kein Mittelfinger. Oder war das nur... Achso! Aaaaaaah! Wenn man auf was draufklicken will. Oh man ey, okay. Hier bei Finanzen wahrscheinlich. Börsenindex. Boah, jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt zum Kaufen, glaube ich. Hat der schon welche? Nein. Ja gut, aber... Woher willst du jetzt wissen, was sich wirklich lohnt? Weil die dürfen ja keine echten... äh... ...Aktien mit einbringen. Ich sehe ja jetzt hier auch nicht, wie viel Dividend sie zahlen zum Beispiel. Weil... Das wäre halt so der sichere Weg. Bank of Liberty. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Banken eigentlich immer... ... ganz gut. Oder was meint ihr? Ich würde jetzt mal einfach sagen, da kaufen wir für 10k ungefähr. Ja, ja. Und ansonsten... Ja, hier. Die sind auch krass gedroppt. Aber es gibt auch schon wieder einen leichten Aufwärtstrend. Ist halt die Frage, ne? Ob das wieder da ran reicht oder nicht. Bean Machine. Eine Kaffeekette. Also wenn das Starbucks sein soll, dann... Ja. Kann man nicht auch filtern nach letzter Monat? Ne, nur letzte Woche. Würde ich auch ein bisschen was kaufen. So, für... 6, 5. Was haben wir hier noch? Eine Burgerkette? Ne... Ah, eine Airline. Hm, ne. Hört sich nicht so gut an. Ah, die schwankt schön. Aber es geht wahrscheinlich jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter runter, bevor es wieder rauf geht. Müsste man in zwei Tagen wahrscheinlich kaufen. Mach die mit minus 73%. Wo ist die? Minus 73, Alter. Das ist eigentlich ein absolutes Signal, davon Abstand zu halten. Hier auch minus 77. What the fuck? Oder meint ihr die? Anbieter von sozialen Netzwerken und Daten raubt. Der Grund, warum die Welt einfach nichts mehr gebacken kriegt. Halder. Ah, gut. Die Aktien sind scripted leider. Ach so, ja. Okay. Dann könnt ihr mich ja schon mal spoilern. Sind meine Invests gut gewesen oder nicht? Und ist das hier das Richtige? Das ist auch... Ist das nicht hier von Mark Zuckerberg, das Ding? Der, der erschossen wurde von uns? Weil dann gehe ich da jetzt mit 40... Na, was heißt 40? Wir haben 153. Dann würde ich sagen, gehen wir... Also wenn das wirklich die ist und es ist scripted, und ihr verarscht mich nicht, gehe ich mit 100k rein. Man kann die Aktien sabotieren. Ja, haben wir in dem Fall ja sogar gemacht. Die wird steigen. Alter, ich komme einfach nicht auf 100k. Warum kann man das hier auch nicht eingeben? Das wäre viel besser. Ähm, ja. Dann komm, gehen wir mit 103 rein. Ich riskiere es jetzt. Wobei auch viele Nein schreiben. Wobei auch viele Nein schreiben. Was jetzt? Ist es gut oder nicht? Ich meine, die werden ja safe einen neuen CEO bekommen. Ja, okay. Alle schreiben Nein. Dann nicht. Ähm, dann wollten wir noch Autos schauen, eigentlich. Los. Ähm. Ähm. Nein, die sinkt bis 100%. Ja gut, aber... Als ob so ein neuer CEO den Laden nicht retten kann. Hier kann man ein Boot kaufen. Was zur Hölle? Also um sich hier so ein Ding leisten zu können, brauchen wir aber erstmal einen ordentlichen Cashout bei den Aktien. Ich glaube, ich kaufe jetzt einfach noch, ohne mich von euch spoilern zu lassen, ein paar Sachen. Oder mit Immobilien. Wobei das reicht nicht mehr, ne? Achso, die Website ist noch nicht online. Okay. Hm. Aber guck mal, jetzt ist es sogar schon gestiegen. Ach komm, ich geh jetzt das Verfahren ein bisschen... Ein bisschen geh ich da rein. Wenn's ein... Wenn's ein kompletter Verlust ist, dann ist es halt so. Aber ich hau da auch 14k rein. Scheiß drauf. Und sonst... Kette von oben ohne Bars. Bruder, als ob. Noch ne Bank. Na ja, so mehr oder weniger. So. Ein bisschen gegambelt. Mal schauen, was draus wird. Und jetzt... Okay. So... Und das hier für Dullis. Hast du Aktien gekauft von einer Bank, die du jetzt überfallen wirst? Nein, oder? Scheiße. Ja gut, dann ist das Geld wahrscheinlich weg. Warte, kann ich nicht von hier einfach Snipern auf entspannt? Schon, oder? Leute, wie süß. Das war ja mein übelstes Zorn und den Kuhmove. Seid ehrlich. Oh Scheiße, das sind da viele. Das ist jetzt bisschen gottlos gerade. Fuck. Ich traue mich eigentlich nicht da rein zu gehen. Aber ich glaube, wir müssen. Fuck. Hä, ich hab doch... Ich hab doch, äh, Ulti gemacht. Ich dachte, man ist unverwundbar währenddessen. WTF? Es hieß doch, die ganze Zeit man ist unverwundbar. Die Mission ist auch eine Legende. Okay. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Wie geht's mit einer Merger, du Scheiße? Ich bin für dich. Vielleicht noch eine andere Waffe. Sei hier lieber sehr stealthy. Ja gut, aber wenn die die ganze Zeit sagen, man ist, äh, unverwundbar in diesem Modus, dann sollte das auch so bleiben. Du kriegst nur weniger Schaden. Aber ich bin sicher, das hat nicht nur ihr geschrieben, das stammt auf Ingame. Alter, das war, das war sehr klug von ihm. Geisteskrank. Wo sind die letzten Freaks? Außen? Ne, hier hat noch einer gekämmt. Schatz. Ich glaub, die verstecken sie noch irgendwo. Oh, da unten im Keller. War das der letzte? Mach mal Trash, let's show von Paul Fitzbo. Können wir drüber nachdenken? Was? Okay. Bremnen wir das jetzt hier alles nieder? Scheiße. Das eskaliert einfach immer mehr mit ihm. Oh, da wär's sogar ein Medikit gewesen. Wird damit. Ja, ich hoffe mal, dass die jetzt auch wirklich alle down sind. Jetzt hab ich halt keine Waffe, ne? Jetzt kommt der gute Part der Mission. Ja, es wird gleich Lichterlob rennen. Ah, das ist schon krank. Ja, jetzt wird's gleich explodieren. Aber ordentlich. Haha. Wie er einfach cool weggeht und nicht mal hinten schaut. Der Kerl muss in die Geschlossene. Wir müssen jetzt nicht gleich die Bullen kommen. Wer ist sein Lieblingscharakter? Michael, würde ich sagen. Michael mag ich gerne. Und knapp dahinter Branklin. Trevors Fahrzeug Dupser wurde beschlagnahmt. Fahrzeuge können bei Auto gegen eine kleine Gebühr ausgelöst werden. Ja, ne, du. Dann hole ich mir einfach ein neues. Als ob ich da Geld raus im Fenster schmeiße. Okay. Direkt weiter. Ja, dummerweise fahren wir jetzt eigentlich in die genau falsche Richtung, ne? Schade. Michael auch wegen der Familie cool. Ja, das sorgt für sehr viele Lacher und ich mag diese ganzen überzogenen Geschichten. mit dem missratenen Sohn, der die ganze Zeit nur zockt. Der Tochter, die, ja, auch missraten ist, sehr freizügig ist, PS drehen will. Die Mutter, die fremd geht. Schon sehr geil. Ich klaue das Auto einfach. Ja, also bezahlen werde ich auf jeden Fall nicht. So viel steht fest. Das mit den Aktien, das, ähm, finde ich eigentlich super interessant. Da müssten wir echt ab und zu mal reinschauen, wie es dem Depot so geht. Wie im Real Life, alles minus. Manche Dinge ändern sich halt nie. Michael hat die beste Story. Ja, also bis jetzt schon. Klar, also, wobei es kommt auch immer drauf an, wo man sich selber sieht. Also, was einem am meisten Spaß macht. Trevor ist natürlich hauptsächlich der Action Guy, bei dem wirklich alle Grenzen gesprengt werden. Das haben die anderen beiden zwar auch, aber eher wirklich in extremer Ausführung. Also, wenn man darauf steht, dann fühlt man ihn natürlich auch am meisten. Hä, wer ist das denn? Ach du, Dooley, was machst du da? Hat er aber verdient, irgendwie. Der ist so dumm. Ich dachte, du sagst, du warst nicht mich. Ich dachte, du sagst, du sagst, Michael Townley. Es gibt zwei Michael Townleys living in L.S. Eine ist 83, und die andere ist in Kindergarten. Ich fragte die Lehrer, ihn auf der Telefon, um zu sein, zu sein. Aber sie schreckt ihn an die Polizei. Ich bin kein Molester, Trevor. Shut up, bevor ich Molester Sie, okay? Was noch etwas anderes? Ich schaue die Telefonnummer. Ich finde Michael Gesanta. About the right age, married mit zwei Kindern. Was ist seine Frau? Amanda? Amanda? Ja. Du bist ein Genie, du moron! Komm schon, komm hier! Wooo! Nicht immer sagen, was ich will wissen! Sorry, Trevor! Run, du little bastard! Get out here! We're going to Los Santos! Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we going to stop for ice cream? Um, go, 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 we're going to Los Santos, man? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's your stop? Ice cream? Roadtrip? We taking this one? Get in! Where are your people at in Los Santos? It's just my cousin there, Floyd. Where you seduced. He's bunking with his girlfriend in some place called this TV TV. I think the Dialogwriter was permanently bought something. My real life Akties are in plus. Oh, what a shame. Oh my god. What are we stopping from here? Another chapter of the lost descended on this fine town. Looking to mourn. Maybe revenge their death. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor! I, I, I don't think we'd be welcome there. I mean... What do you want to... Jetzt habe ich gerade nur in den Himmel geguckt. Da lang. Ich war schon im Strip Club. Keine Ahnung, wo ich heute noch reingehe. Aber da waren wir schon im ersten Park. Jetzt warst du zum ersten Mal über den Großteil der Karte. Jetzt merkst du, wie groß die ist. Stealth-Mission. Ich habe euch die Bomben und die Pistole mit dem Ding, der dich ruhig macht. Ja, ich habe sie. Das sind meine Gäste für diese Brücke. Seid ruhig, Junge. 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 So ein Bruch. Fuck. Warte, wie schleicht man nochmal? Ah shit Da ist es nur noch im Kontroll, oder? Oh boy Warte, 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 der sieht mich gleich Der sieht mich gleich, der sieht mich gleich Nein, 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 renn Einfach irgendwo dran Warte, welcher Wohnwagen Der hier? Also, der hat einen gelben Punkt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es richtig Okay Das Problem ist halt echt, dass man die Gegner jetzt gar nicht sieht Ich dachte, er geht nach Los Santos Kurzer Zwischenstopp, um wieder Scheiße zu bauen Oh, da ist eine, da ist eine Aber wenn wir von hier kommen, dann glaube ich sieht er mich nicht Gut Ja, aber wir können dann auch von hier werfen Okay Ich gehe mal lieber, äh, außen weiter Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich verkacke ich den letzten Ich kann es schmerzen Oh, da kommen zwei Zwei Biker Alles gut, alles gut Der Weg war auch richtig Okay Zwei noch Aber jetzt muss ich durch die Mitte eigentlich Das ist Oh, da, äh, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen Ich suche doch nochmal einen anderen Weg Ich mach auch mal kurz hier die Lichter ein bisschen runter Ich bin da auch nicht sicher, welcher von dem, äh, Wohnwagen es ist, aber ich denk mal der da hinten, wo der Typ steht Heißt, von hier werfen, müsste eigentlich sicher sein? Ja, komm, einer noch, let's go Und der in der Mitte war doch bestimmt der schwierigste So, der ist hier aber auch am gucken, der Typ Da suchst man lieber von ganz weit außen Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es dann heißt Storygebiet verlassen, Mission failed So, wir sind ganz am Anfang Schön vorbei an den Zweien Ruhig bleiben Ruhig bleiben Ruhig bleiben Ende Dafür Daumen hoch Oh shit Oh shit Warte, darf ich jetzt auch schießen? Zum Mut Oh man Steig ein Weck da Weck da So, jetzt geht's nach Los Santos Kleiner Schabernack zwischendurch Damn Als ob das gefördert wurde Danke für die zehn Geschenk- Fabs Danke für die zehn Geschenk- Fabs Aber, wer war das? Ich kann, ich kann leider jetzt halt nicht in den Chat klicken Schaut mal bitte die Namen in den Chats. Ja, fand ich jetzt auch, dass wir eigentlich ganz gut vorgegangen sind, so. Immer schön versteckt. Die richtigen Winkel gefunden. Da wird weit. Einfach auf das Icon tippen, dann wird der Name eingeblendet. Ja, okay, David. Dann, danke schön für 10 geschenkte Giftsabs an die Community. Lass ihm ein paar Herzen da. Ehrenmann. Einen schönen Abend dir. Danke auch an Herr Wheel. Freut mich, dass dieser aktuelle Content gefällt. Wie findest du Trevor? Ja, also ich hab jetzt auch nichts dagegen, aber... Keine Ahnung. Er ist schon ein bisschen zu wild. Die anderen beiden mag ich nochmal mehr. Aber, ja, seine Story ist natürlich schön Action geladen. Ja. Aber, du bist in den Deserten. Es ist noch Schengen-Drink. Das beste Teil des Staates. Ja. Gleich erzielt Trevor seine Vita. Oh, okay, bin sehr gespannt. Ich glaube, jetzt decken wir gerade einen Großteil der Map auf. Kann es sein, weil wir halt auch so weit außen fahren. Das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen. Der Aufschluss berufen. Der Aufschluss berufen. Ähm, geil. Der Aufschluss. Well guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Irgendwie hast du den Dialog geskippt? Achso, der wäre während der Autofahrt gekommen? Hä, aber ich hab doch, ich bin doch ganz normal gefahren eigentlich. Wo zum Teufel ist mein Auto? Ist einfach weg. Ja, äh... Dann... Nehmen wir dich. Wobei, es lohnt sich nicht. Das ist alles so... Es sind keine geilen Wagen. Komm, dann steigen wir da ein. Also für den... Er überbrückt das. Für den Fall, dass jetzt der Dialog gar nicht mehr kommt, Was hätte er denn erzählt? Yoooo! Und jetzt kommt da so ein heftiger Porsche, Bruder! Der Dialog kommt erst jetzt? Okay. Dann jetzt mal schön drauf achten. Aber auf jeden Fall gab's Probleme mit seinem besten Freund offensichtlich. Der Dialog kam schon, aber... Ja, warum? Der kommt schon noch jetzt. Das sieht aber nicht so aus, als wenn die nochmal reden würden. Der ist schon schade jetzt. Ja, dann könnte man ihn vielleicht auch ein bisschen besser verstehen. Darum er so abgeht. Hier müsste doch bestimmt wieder irgendwas heftiges an der Seitenstraße stehen. Weil hier fahren auch genug Lambos an. In real life. In real life. Unlucky Park. Ja, kommt nicht mehr. Dein bester Freund ist Mike. Das hätte er gesagt. Das hätte er gesagt. Das ist der Ort. Ich denke es ist zumindest. Cousin Floyd! Hm. Oh, Christian. Vielen, vielen Dank für kranke 60 Münzen. Ich habe jetzt halt nichts gesagt, weil ich warten wollte auf den Dialog, der leider aus dem Buck oder so nicht mehr kommt. Schade. Danke, danke, danke und schönen Abend dir. Ich bin, Wade. Wer? Ich bin, Wade, dein Freund. Wer? Wer? Du Freund! Fuck! Es kommt zu dir, du wunderschön. Jetzt kommt auf den Boden und fixe mir ein fucking Drink. Oh, du wirst. Ich verstehe. Ich verstehe, du warst auf dem Smokin' Meth irgendwo. Nein, nicht irgendwo. Hier. Er wird Smokin' Meth hier. Gib mir ein fucking Lider. Du kannst hier nicht. Okay. Das ist meine Freundin. Sie hat eine Konferenz. Du kannst hier nicht, und du kannst hier nicht bleiben. Wie geht's dir? Wie geht's dir, cousin? Es ist schon lange. Ja, ich habe dich nicht gesehen, seit du warst in Evelyn. Ein Mann, das wir nie prüfen haben. Du musst gehen, beide. Meine Freundin? Sie würde mich töten, wenn sie wussten, ich hatte. Es ist nicht so eine Freundin, wenn sie nicht mag deine Familie. Wenn du mir eine fucking Drink, dann werde ich dich wieder fragen. Oh, ja. Okay. Warte, ich habe keine Blut. Dann gehst du mir raus und mir was. Du gehst auch! Fuck! Michael hat seinen Tod vorgetäuscht. Aber das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo gehört, oder? Das kommt mir bekannt vor. Ja gut, und deswegen ist er krank. Agro auf jeden offenbar. Jetzt können wir zwischen allen dreien wechseln. Aber müssten die sich nicht bald auch mal treffen? Man kann im Menü den Dialog nochmal nachlesen. Wo? Oh. Ja. Steht nichts da. Wahrscheinlich, weil die Mission geendet ist gerade. Ach, fuck. Tag. Mal ins Bad. Ähm. Wo ist das Bad? Was ist hier Besonderes? Fällt mir jetzt eigentlich nicht so auf, ehrlich gesagt. Im Prolog sind ja Michael und Trevor in einem Banküberfall und alles danach spielt 10 Jahre. Okay, 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 okay. Moment, ich probiere noch was. Nee, kommt nichts. Okay, gut. Dann wechseln wir einfach zu Michael. Er hat aber auch die geilste Bude und die geilste Location hier in Beverly Hills. Allein deswegen feiere ich ihn schon. Oh, fuck is this shit. Is that yours? Of course not. Alter, das ist wie gut. Nichts. Ja. 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 Oh, Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, hmm? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. That's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you, you used to be thinner, but, eh, I can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. He's got a good body, or what? Where's Tracy? Bro. Where's your sister, Jim? Um, she's, uh, she's, uh, she's, uh, she's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for fame or shame. Fame or shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it. You guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ. She's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you on that. Jesus Christ. What, now? Now? Where? Um, the Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What, are you going to stand here and argue, while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. Als ob er ihm jetzt einfach hilft. Ich dachte, die schlagen sich jetzt gegen seine Fresse ein. Oh mein Gott. Jetzt kommt Save wieder eine absolute Cringe-Mission. Aber irgendwie mag ich die am meisten. You know, I can probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours. Catch up properly. I'm good, homie. She's my daughter. I'll handle it. Judging by past behavior and the state of the rest of your family, fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yes, you're a model, husband and a wonderful parent. You can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. Don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss. You got blood under your nails and you look like you've been up for what? A week? What the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you. Wieso beschreibt der mich? Fuckin' slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor mother fucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. So where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis court, the golf links, all the pumped up plastic slots are used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry. Alright? I got somewhere to crash while we work things out, with actual friends. We got things to work out. Yes, sirree. Let's do this! Where is Franklin? Ähm, I don't know. But to the end we'll come later with a chance to widen it. The Alamo Sea has been filed in Los Santos Superior Court today by actor Gordon Henderson against Pinewood Star Tourists. But not for invading his privacy, for dropping his house off the floor. Das wird so giga-cringe. Wir können aber echt froh sein, dass es zu der Zeit noch keinen TikTok gab. Sonst, glaube ich, würde die Tochter komplett durchdrehen. Hier war das Fernsehen noch das große Ding. Wollt. Aber wie kommen wir da jetzt einfach so rein? So kommen wir rein. Okay. Oh, stimmt. Und Onlyfans gab's ja auch noch nicht. Aber sehr nices Outfit. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Oh. Great. Wow. Very Santa Andreas. What are you guys doing here? Yeah. What are you doing here? Okay. I'm back. Relax. Chill. Make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right. It's fame or shame for Tracy DeSanta. Music. When I came home last night You wouldn't make love to me You went fast to me Yeah. You wouldn't even talk to me Shake what your daddies gave you, honey. I'm so crazy Ooh. The doll's a step of 20 in this. Oh. Fucking something about this. Uh-uh. That's enough. Oh. Oh. I said that's enough. Oh. Hey. I got security. Security. What'd you fucking say? Come on. Come on. Come on. Come on. Fuck. Oh. Come on, you little shit. Go home right now, Tracy. What the fuck? Oh, man. Nee. Ja, das ist genauso gelaufen wie erwartet. Get in the truck, Michael. Hey. Hey. No, my ring. Das hat sich von ihrer Mutter gelernt. Ja, ich glaube auch. Vielleicht ist sie auch nicht besser. Oh, scheiße. Muss ich den Lasso nehmen dann, ne? Hey, you raise your daughter in this time. Get used to stuff. Junge. Junge. Es ist doch gleich viel besser. Ah, ist doch gleich viel besser. Aber da hat Trevor jetzt echt gut geregelt, fand ich. Während Michael einfach nur dumm zugeschaut hat. Wo will der hin? Ah, der kleine Bester ist going up to the train tracks. Ernsthaft? We can have a little fun with it. Well, let's not try to kill this prick, alright? When we crush his little toy car, who knows what will happen to him? I saw him. Turn left. Mit Fullspeed ein LKW-Contraining ist das schwer, ja. Deswegen habe ich auch gefragt, ob wir den nehmen müssen, aber ich glaube schon. Can we speed it up a little? Huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side. Zumindest sind wir den Ballast los geworden. Bring ihn um. Nee, jetzt siehst du ja gerade, die wollen ihn nicht killen. Right, right, here. Sollen wir ein bisschen Spaß mit ihm haben, was auch immer das bedeutet. Ah, fast. Nein, ich habe den Roller gefahren. Shut up! That cocksucker might be famous, but oh. We'll get him, we'll get him. Oh, we're sure taking our time about it. Ah, ah, we're going down into the LS River. I can see that. Ist ja völlig geisteskrank! Ähm, ja, scheiße. Fahr weiter. Alles ganz normal. Oh nein, er entkommt. Warum? Oh nee, er hat aufgegeben. Besser ist es. Hey, 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 hey. Guys, you run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, alright? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was two years old. And I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, alright? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent? What? Aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. Clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be one of the fucking holy tail out of the back of this guy's head. And you! Pants. Off. Okay. Okay. There you go. That's also spielen. Oh. I want you to dance sexy, celebrity. I need music or are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right. All right. All right. All right. All right. So hochgehalten. All right. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right. Come on. Take off. Go. Now. Before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. Gute Frage. Also eins muss ich sagen, Trevor ist ein guter Freund. Ein sehr guter Freund. Ich hoffe, Michael macht nicht nochmal ein 31er. Das wäre ja schon... Also, boah. Dann wäre ich auch echt enttäuscht. Die Flugschule ist nun verfügbar. Ich glaube, da müssen wir hin. Nein. Hier, denke ich, geht es weiter. Aber was ist eigentlich mit Franklin? Ich meine, wir könnten ja auch zu ihm wechseln. Sollen wir das machen? Oder erstmal mit Michael weiter? Und was ist eigentlich das B? Es ist ein Mie, Lemmy. Danke dir für zwei Münzen. Oh, oh. Hey, Lester. Mike. Hey, I'm transferring your cut of the Jewel Store. Take to your account. Mandrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Who's calling in? It's the official MC8. What's cracking, man? I thought this was the G-Station. Y'all with the Mumblings and Quasars, man. Ice Place, danke für fünf Münzen. Ice Place, welcome to Los Santos. Man, you gotta get down with science, bro. Do you know that the Andromeda Galaxy is on a crash? Gute Besserung. Bei der Wirbelsäule, Wirbelsäulen entzütteln. Ice Place, G-Shit. Welcome to Los Santos. What up, Grove Street? Break the solenoid on this one. Yeah, nigga. Ach so, das T ist nur für Trevor. Stimmt, damn it. Wir müssen zum B. Ja, aber alles gut. Liegt eh auf dem Weg. Alles gut. Aber nochmal die Frage, was mit Franklin? Ich vermisse den schon ein bisschen. Oh, das ist ein geiler Song. Den lasse ich jetzt laufen, ist mir egal. Den fühle ich. Die müsste doch jetzt auf der Walk of Fame sein. Ah, ja, hier. Welcome to the land. Ja, nö. Ah, da ist das Museum. Das Kino. Wie heißt das nochmal? Aber da sind auch so viele Stars immer, die dann ihre Hand abdrücken, in den Ground rein eingravieren lassen. Das ist so ein altes Kino. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Chinese Kino, glaube ich. Irgendwo daneben ist noch Madame Toussaint. Und ungefähr hier in so einer Seitengasse wurde ich mal von einem Ultra bedroht, weil ich habe so Story gemacht und der Typ dachte, ich filme ihn. Das war so ein Kerl, der hat sich gerade umgezogen, weil hier stehen ja immer Leute, die sich als Spider-Man oder so verkleiden und die wollen dann halt abcashen mit Fotos. Oder auch so komische Typen, die dir CDs in die Hand drücken und dafür dann 10 Dollar wollen. So von dem Wegen, yo, ich bin ein neuer Rapper, kannst du supporten. Und ja, ich weiß nicht, der dachte, glaube ich, dass ich ihn filme oder so. Der ist dann wirklich rausgerannt und wollte mich totschlagen. Dabei war das übelstes Missverständnis, Mann. Oh, scheiße. Ich habe 700k bekommen. Oh, dann lass doch wieder ein bisschen was investieren. Achso, ja klar, jeder Char hat natürlich auch seine eigenen Aktien. Dann macht ja Sinn. Ist das eher B&B? Nee. Imagine, du musst beim Flugzeug fliegen für die Toilette zahlen. Aber ich kaufe trotzdem. Das ist wie cooler. Ah, nee, das ist jetzt schon... Das ist jetzt schon zu hoch gestiegen. Das ist mir zu risky. Animal Arc? Ja, sind wir auch zu spät dran. Hier könnte man ein bisschen gambeln. Mach ich. Wir hätten dir das nie zeigen sollen mit den Aktien. Ja, da bin ich jetzt schon ein bisschen süchtig, leider. Oh, ah, shit. Aber wahrscheinlich habe ich am Ende trotzdem bei allen Aktien total Verlust. Oh, nein. Ich will die geilen Karren haben. Als ob die da einfach so über die Straße hoppeln. Digga. Oh, R8. Das ist Amerika. Ja, gut, das ist kein R8, aber dennoch sehr geil. Kannst du auch noch geilere Karren im Internet kaufen. Ja, aber da brauchen wir mehr Geld. Also da müssten die Aktien schon schön steigen. Oder wir rauben noch eine Bank aus. Keine Ahnung. Oh ja, der Wagen ist richtig geil. Fabster, danke für die Mitgliedschaft. Oh, sind wir beim Griffith Observatory? Aber warum sind wir nicht beim Hollywood-Sign rausgekommen? Ah, ich glaube, ich bin den anderen Weg gefahren. Da hinten ist es. Aber nice. Hier ist es auch so chillig. Obwohl das natürlich auch sehr überlaufen ist. Also hier sind schon viele Leute. Aber ich mag das hier. Vor allem die Aussicht ist so geil. Liebe ich. Also jedes Mal, wenn ich nach L.A. gehe, dann ist es eigentlich ein Muss, hier hochzukommen. So, dann gucken wir mal hinein. Als ob ich da einfach so geparkt habe. Achso. Ist das, äh, ist das Ziel weiter unten? Oder, oder oben? Das ist übrigens ultra anstrengend, äh, da, da zu Fuß rauf zu laufen. Also da muss man sich schon so einen Uber nehmen oder so. Ich bin doch jetzt eigentlich genau beim B. Ach, der Typ da oben. Ich glaube, mit dem müssen wir sprechen. Kannst du nicht rein? Echt gar nicht? Oh, das ist ein L. Schade, Mann. Schade, Mann. Schade, Mann. Schade, Mann. Ich habe es geschafft. Arreste mich. Du weißt, was? Du wirst du mein Leben schrauben. Weil du es sagst, Mann. Was? Du es sagst. Trevor. Ein paar Tage vor. Aber wir haben wirklich nichts darüber gesprochen. Aber wenn nicht, wenn, er beginnt zu fragen, warum du nicht die Worms nach der Kanadischen Borde. Oh, wir haben Probleme. Ja, keine Scheiße. Wir sind da. Zusammen. Also, also, wenn deine Probleme sind meine Probleme, dann glaube ich, das bedeutet, dass meine Probleme sind ein bisschen deine Probleme. Nein. Nein. Was wenn ich mein Job verloren habe? Wenn jemand kommt in meine Bücher, beginnt zu lesen, dann sehen sie die Dinge, die ich gemacht habe. Ich weiß vieles. Ich kann ein paar Jahre auf fünf Jahre, aber du? Du. 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 Ich habe deine Karriere. Na, dann besser wir es uns zu schützen. Denn wir wissen, wir können es nicht gehen jetzt. Was brauchen Sie? Dieser Mann. Ferdinand Karimoff. Die Agenzierung ist erinnert, wir in der Bücher denken, dass sie verdächtig sind. Wir denken, dass er in einem Ort ist. Er hat informiert, er hat informiert, die mir und meine Vorbereitungen entfernen. Die Agenzierung haben die Koroners verabschieden. Wir brauchen Sie, um den Körper zu verabschieden. Wie werde ich hier in? Ja, du hast vorhin gespielt, nicht wahr? Als ob... kenne ich mich, wenn du wachst. Ich werde dir sagen, was zu tun. Sein Ernst? Vor allem hier? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. Soll ich aufwachen oder nicht? Ich mach mal. Oha! Oha! Ja, moin. Ja, aber komm, wie zur Hölle wurde er dann bitte schon jetzt vom Griffith Observatory, wo einfach so viele Leute sind normalerweise, hierher gebracht? Wo zur Hölle sind wir eigentlich? Bruder, auf einmal Last of Us. Erstmal laufen lassen. Ja, sorry, ich hatte Panik. Nicht, dass sie mich irgendwie aufschlitzen und ich bin tot, weißt du? So wie die hier. Als ob der einfach sein Handy noch hat. Sie hätten auch aufgeschnitten, siehst du? Ja, war mir zu risky. Oh no. Scheiße, da kommt jemand. Ja, super. Und was jetzt? Ich habe ja keine Waffe. Ich habe ja keine Waffe. Ich bin im Arsch. Ich habe eine Waffe? Was? Okay. Aber sehr ungewöhnlich, nicht, dass du da, äh, einfach Handy und, und Waffe noch bei dem, bei der, bei dem Toten lässt. Du hast die Waffe aufgesammelt, von der Security. Ach so! Von dem... Na wobei, ne, das war doch ein Arzt. Oder meinst du... Ach, keine Ahnung. Doch, hast du ja aufgehoben. Ach so, von dem hier? Ah. Okay. Okay. Ich stehe. So, Zeitlupe wird hier auch wieder sehr relevant. Ach so. Während man das nutzt, kann man aber wohl nicht, äh, in den Zielmodus gehen. Oder ich war zu nah an der, an der Wand gerade. Keine Ahnung. Scheiße, ich muss nachladen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ich will den Scheiß raus. Oh nein! Ja, okay. Man kann schießen, aber man sollte schon im Zielmodus sein. Oh fuck! Ja, kommt nur rein, kommt nur rein. Ah, jetzt hat er sich gerade weggeduckt. Nein! Lauf! Lauf! Junge, was für eine unerwartete Wendung gerade. First Person besser? Ah, weiß ich nicht. Ja, wobei... Wir können's mal probieren. Ah! Hör auf, nachzuladen! Ich glaube, jetzt kann ich hier aber auch durchlaufen. Die Gegner sind nämlich alle im rechten Bereich. Oh, der hat mich gequittet! Ja! Ja, lass mich gehen! Ach komm! Ich hab den zweimal getroffen! Als ob der überlebt hat! Fuck! Mann! Mann! Wie viel Luck hatte der Bastard! Aber ja, ich muss zugeben, First Person ist doch besser. Ja, ja, läuft viel besser. Außer man muss nachladen. Hall... Ich glaub man sollte hier wie in nem Horrorfilm, ähm.... arbeiten. Einfach jedem nen Headshot geben. Egal wie lange der auf dem Boden liegt Aber ich dachte wirklich, dass er Spätestens beim zweiten Mal tot ist War er aber nicht Ist aber wirklich nicht einfach Also hier ist schon einiges los Ihr Scheißpisser, Mann Aber kann ich nicht auch eine bessere Waffe von denen bekommen, vielleicht? Scheiße Danke für den Tipp von, äh, wegen, äh, First Person Weil das macht's wirklich nochmal einfacher Warte, wie komm ich hier raus? Das ist ja keine Tür hier Aufzug oder? Ne, Treppe, Treppe wahrscheinlich Okay, 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 runter, runter, runter Nein, nicht runter Oh Mann Doch, jetzt hast du eine neue Waffe, der hat Shotgun gedroppt Äh, ich glaube, ich gehe aber lieber damit Hat mir Schuss Von wem habe ich die bekommen? So krass Ja gut, hier in dem Treppenbereich ist die, ist die Shotgun dann doch besser Wie geil ist, ob ich daneben geschossen habe Wünsch Aber schon auch geil, die Mission Sind zwar ein bisschen viele, aber Das ist ganz cool Oh, es sind ja doch noch so viele Ich dachte, das ist der letzte Mann, mach die Scheiße auf da Oh, wir müssen fliegen Oh, wir müssen fliegen Oh, wir müssen fliegen Oh, mein Gott Game sound zu laut Real talk? Müsste eigentlich passen Was ist das eigentlich für ein grüner Punkt? Der Lammlage, oder was? Ne Hat das was zu bedeuten? Das sind meine Sachen? Ja, okay, aber wo sind die denn? Ach so, der Sack Aha Gut Wo ist der fucking Ausgang? Durchs Fenster? Nein Doch Okay Ja, wild Ach so Okay Hab mich schon gefragt, wie zum Teufel will ich diesen Sprung wieder überleben? Oh Oh nein Oh nein, ich hab mich verdrückt, fuck Ich bin tot Ich wollte Zeitlupe aktivieren Nein Lass mich durch Lass mich durch Was eine crazy Mission Ist hier irgendwo ein Parkhaus Ich glaube hier sind wir einigermaßen sicher Nein 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 Miss Scheiße Sackgasse Ach komm, die werden mich doch hier niemals finden Ich hab jetzt echt Angst Scheiße nein, ich wurde gesichtet Okay, war eine Drecksidee hier reinzufahren Ich kann jetzt halt auch nicht unendlich lange rennen, ne? Ja, ich bin so safe tot, weil Es gibt ja auch keine Autos und ich darf ja nicht schießen, oder? Weil es ist ja so krass die, 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 die Sterne erhöht Mann, geh hoch, da, stell dich nicht so dumm an Oh ja, 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 da drüber, bitte Ich weiß, da ist Stacheldraht, aber Na, dann halt nicht RIP RIP Oh, fuck Warte, kann man auch das Polizeiauto klauen? Na, doch, ja? Aber der hat so scheiße geparkt Der hat so scheiße geparkt Ich komm noch nicht raus Bro, als ob Wieso sind die auch so dumm und lassen den Schlüssel stecken? Yo Die Sirene ist voll kaputt Aber es hat auf Ernst noch geklappt Also, Stand jetzt Nein, rauf, 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 rauf Gut Ey, die rechnen aber auch mit allem gerade Wir müssen rein in die Innenstadt Da müsste es dann genügend Parkmöglichkeiten geben Boah, aber ich bin erstmal froh, dass ich noch lebe Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht Macht Polizeialarm aus? Wie geht das? Kurz antippen Was denn? Welcher, welcher, welcher Knopf? Ich hab Hupo noch nie benutzt, keine Ahnung Ach, komm Mann Das wurde auch noch nie eingeblendet Schade, weil das war eigentlich so ein guter Run gerade Oh, Digga Das sind halt so Sachen, die könnten die halt wirklich einblenden in dem Moment Weil woher soll man das denn wissen? Ihr hättet's aber, sorry Chat, ihr hättet's aber auch schon längst spammen können Oh, Digga So, hier ist keiner. Müsste gleich geschafft sein. Ja, okay. Ärgerlich. Ja, ärgerlich. Ja, Rupil stand tausendmal im Chat, aber wurde halt nie benutzt. Deswegen lieber den Knopf sagen. Das wäre besser gewesen für die Zukunft dann. Oh, wie kommt man da hoch, ey? Okay. Aber wie gesagt, es ist halt auch dumm vom Spiel, dass sie es nicht einfach irgendwo anblenden. Franklin. Was ist passiert? Du musst raus aus der Stadt. Mann, ich habe nicht genau woher zu gehen. Ja, dann füge ein trip. Ein langer. Was ist passiert? Dinge, okay? Ja. Ja. Ja, ich habe. Ja, ich glaube ich habe. Ich glaube ich habe. Ich weiß nicht, ich... Ich glaube, ich habe so viele Geschichte, ich kann sie nicht einfach reißen. Ich bin voll von shit. Ja, aber ich bin voll von shit. Ich habe einen Schwer mit dir gemacht, ich habe mehr Geld als ich jemals habe. Ja, ich bin ein grosser Thief, aber es ist die andere Sachen, die ich nicht entdeckte. Also, was ist das Problem? Was ist das Problem mit dem Bureau? Dieser Clown. Ich meine, er ist ein okayer Typ, fucking cocksucker. Wir haben ein Problem, lange vorhin. Es war nicht so, wie es war. Der falsche Mann wurde getötet. Also, ich musste in ein bisschen wie ein Informal-Witness-Protection-Programm. Er hat mich geholfen, ich habe nicht den Geheimen von ihm gegeben. Alles war cool. Der Problem begann, als ich in der Zwischenzeit bin bin. Ich meine, er kommt, er beginnt zu beurteilen, zu sagen, was ich machen. Ich meine, Franklin, ich arbeite für die fucking Fetts. Oh, fuck, Mann. Oh, fuck, Mann, ja, und das ist nicht die schlimmste Sache. Hab ich dich erzählt über Trevor? Mann, ich denke so, shit. Wenn du nur so denkst, dann bin ich nicht komplett ehrlich. Er ist... Ich bin in der Hölle auf der Erde. Das ist das, was er. Was ist... Ich bin in der Hölle auf der Hölle auf. Oh, ja, gut, mit der Hölle auf. Shit. Ich meine, Trevor und ich haben Geschichte. Komplikate fucking Geschichte. Ich bin in der Hölle auf der Hölle auf. Ich habe vieles, was ich nicht stolz gemacht. Ich habe nie mitgeklagt, wie ich nicht so stolz bin. Ich habe nie gemerkt, dass ich ein Angel bin. Aber du, Trevor und ich treffen, Ich bin ein Angel. So what's the mood in man? I don't know I'm just gonna you know Try to play both sides, you know until I can find a way out of this shit. All right, man. Look man. You help me Way I see it man. The least I can do is help you It's a death sentence Franklin man. I ain't trying to hear all that shit man If the bureau ain't gonna take you to court the motherfuckers just hustlers anyway And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree fuck that Hey, you're a good kid Franklin This means a lot to me Like I told you I'm a terrific thief. I'll find something for you big Come on you better take off All right, man, I'm with you I'm witch Yeah, but it was definitely a cool mission on the other hand I would like to do with Franklin actually Oder gehen wir noch erstmal zum B. Aber Franklin soll heute eigentlich auch noch ein bisschen was machen. Was ist mit der Franklin hat gerade gar keine Missionen, okay schade man. Na dann machen wir erstmal weiter. Hilft ja nichts. Dann hat er halt heute frei. Im Moment ist der Fokus auf die Hintergrundgeschichte von Michael und Trevor. Franklin wird nur gelegentlich eingebunden. Okay, dann kommt seine Zeit später, ich glaube. Aber kann man dieses Segment jetzt dann noch innerhalb einer Stunde abschließen oder so? Weil ich wollte ja heute nicht zu lange machen eigentlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gibt es die ganze Story als Streaming Projekt? Ja, wahrscheinlich schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Biss euch. Ich habe die Schnauze voll von euch heute. Alter. Ja super. Jetzt haben wir schon Stufe 2. Das ist jetzt echt ungünstig. Aber hier finden die mich niemals. Schaffen wir 5000 Likes? Hä, wir haben doch bestimmt nicht mal, na ah, zwei. Kannst trotz Cops zur Mission. Echt? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Das ist aber geil. Ist jetzt aber schon ein bisschen weiter weg leider. Ah ne, geht sogar. Wo genau ist jetzt eigentlich die Mission oben oder unten? Denke hier. Oder doch oben? Ja, sieht so aus. Schmutz. Aber warum hat mich dann das Navi hierher gelost? Lust. Funktioniert aber nicht bei jeder Mission. Okay. Schmutz. Schmutz! 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 Man kann das Auto umlockieren, dann finden dich die Cops nicht. Äh, als ob das zu schnell geht? Du hast nicht gesagt, dass wir doppelgängig sind. Entschuldigung, Leute. Diesen Hunk von Liebe ist all mine. Ha, 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 ha! Steve Haynes, amigo. Aber du wahrscheinlich schon wusste das. Entschuldigung, dein Name-Tag hat wohl fallen. Koda! Ich liebe es! Ich muss mich erinnern, um das zu schreiben. Und um dich in die Hände zu schrauben, du wunderschön. Andres? Das? 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 Wow! Pure magic. Ich glaube, das auf meine Show. Hast du gesehen? Du mein Show? Du meinst, wie zu schrauben wie ein Geschäftsman, auf eine gewisse Golf-Weekende, in einem 3rd-Rate Country Club? Ha, 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 ha! So! Well done with our, uh, our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war. Especially with itself. I thought you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, pal. We have received intel that they're keeping Mr. K. at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up to questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glory was your first mistake. Mike, you are my boy now, amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seen as we're all boys now, that makes it important to you. Good, that I'm not the only one, that's right, Obama. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Let's go. But from weitem, I thought I was too. The Bureau owns a lot out in East L.S. Covington supplies off El Rancho. Can you take us there? Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run in off the books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed. That's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suit you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Mr. Tracy is Smash? No, honestly not. Nice car. Taxpayers treatin' you right. I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. Oh. He's fixin' up my car. Call him or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. No more car accidents. Michael. This ain't the best time. I'm kinda busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho. Not far from where we met before. Alright? That's cool. I'm in the LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't callin' him. I thought you might say that. So we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fuckin' dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great. And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the FIV. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Discreet? Control? Yeah, good luck controlling discreet Trevor. I wonder how controllable and discreet he'll be when he sees the guy who killed me and put Brad in jail. You know what? You better keep a low profile. Yeah, I think I will. See you later. Healy. Who's that cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, alright? Not you. Hey, T. Enough with the faux political bullshit. Franklin. Come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't building. Whoa. What am I detecting some, uh, some sort of, uh, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, alright? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin. Deranged. Yeah. And best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin. The son. I always wanted. Alright guys, listen. This is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job. Okay. Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I gotcha. Alright. And we do this. And they help us bring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, alright? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, Homie. Yeah, whatever. Okay, I've said Kelly is einfacher as Flugzeug. Let's go. 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 We need to go to the agency headquarters downtown downtown. Ja. Okay. Your new friends are a riot. No wonder you said sayonara to the old crew. Walk it away ain't easy, Trev. Fühlt sich schon mal gut an. What happened to dying with a gun in your hand? Life happened. Annoying wife. Two kids. Remember them? You get tied down. You can't move anymore. What about your ties to me? The brown. Was macht Key and Amber Pay here? Ja. Bisschen Ähnlichkeit ist vorhanden. Wie schlussend I am? I ain't exactly sure it's going to be amusing. We'll see. You know, you had me. It's suicide packed. Kann man da oben landen? The access point is on the west side of the tower. Get us in position, so I can repel down. Wie genau will er es denn? Also klettert er jetzt auf Ernst während? Oh mein, was? Ist das dein scheiß Ernst? Völlig lost. Tja vor allem, dass da keiner die Cops ruft. Nein, 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 nein. Soll ich rein? Richtiger James Bond Moment. Ja gut, komm, wir gehen rein. Oh mein Gott. Aha, das ist der Mann. Kann man machen. Laten auf. Bro, schnell. Ah, wie komme ich hoch, wie komme ich hoch? Oder soll ich wegfliegen? Es stand doch gerade leichter zu Michael, oder nicht? Ach so, er hat ja selber eine Knarre. Fuck. Aber wäre eigentlich trotzdem besser gewesen, alles mit Franklin zu machen, um ehrlich zu sein. Oh shit. Oh shit. Absolutamente crazy. Oh shit. Ich will dich nicht beschädigen, Mike. Aber du möchtest etwas über die Koppel machen, bevor wir aus dem Skye fliegen. Just... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay... Wie geht's auf den Ferit? Ooh. Nei... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Noi, wir gehen mit Raketen. Ja, du kannst du weg von dort aus. Wer sind diese Leute? Das ist nicht wichtig. Das ist das die Regierung. Ich bin der Regierung. Hey, hold tight. Ich habe ein paar Freunde mit dem Büro. Sie werden alles erklären. Du hast mich gespürt. Danke. Danke. Der Büro. Wenn ich bin, sie werden alles in Ordnung machen. Ich bin sicher. Keine Angst. Sie werden nach dir schauen. Die Dinge, die diese Leute für mich haben. Ich bin ein amerikanischer Bürger. Ja, aber das scheint nicht zu viel zu wichtig. Also ich glaube, das war jetzt eine richtige James-Bond-Mission irgendwie. Auch sehr, sehr cool gemacht. Ja, Moment, 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 Moment. Jetzt nicht sterben. Na, ich glaube, ich muss nochmal, muss nochmal einen kleinen Schwenker machen. So. Und jetzt runter. Ja... Alright, ich gehe herausfinde. Ich höre Ganze aus came. Ha ha, in bed with the Bureau and a new runnin' buddy. Yeah, he's more of a protégé. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Der gönnt sich jetzt, ne? Das ist der Luxus. Stimmt, mit den Schultertasten wäre es nochmal besser gewesen. Hätte ich nicht den Schwenker machen müssen. Ja, true. Ey, aber ich bin so froh, dass es jetzt ohne Fail geklappt hat. Oh, eine sehr, sehr wilde Aktion. Wir reißen eine Gruppe. Oh yeah. Weiter zum M, oder? Oh, wir hätten jetzt aber auch eine Franklin-Mission. Ich habe vorhin gelesen, auf dem Rodeo Drive ist tagsüber ein getunter Bugatti, der dort parkt. Also, falls du mal was richtig schnelles suchst. Danke, Lufti. Vielleicht finden wir ihn. Das wäre schon nice. Oder ich gucke mal off-cam. Damit wir da jetzt nicht so viel Zeit haben. Jetzt kommt bald die unschönste Mission. Also, die, die mir am wenigsten gefallen hat, also, na, was heißt das? Ja klar, ich war doch ein bisschen dumm, aber die am Anfang mit dem Sniper und dann mit dem Flugzeug. Das war schon ein bisschen, ja, ja. Also, dass du halt da richtig ins kalte Wasser geschmissen wirst mit dem Flugzeug, war schon ein bisschen dumm. Erstmal zum M gehen. Okay. Keine 100%, nein. Einfach, just for fun, die Story durch. Das war's. Oh. Oh. Die unschöne Mission wird super. Ich überlege gerade, was unschön bedeuten könnte. Nochmal Stealth bei Dunkeln mit Sniper und Flugzeug. Jäger, gib mir den roten. Absolut geiles Teil. Wirst du mal online spielen? Naja, weiß ich noch nicht. Mann, ich habe... Ist das so ein Mercedes... Wie heißt der Mercedes-AMG? Dieser ganz krank, tiefgelegte und lange. Okay. Naja. Ist auch ein bisschen danach aus. Ohhhh. Ohhhh. Huh. Just Beverly Hills Trinks. Hä? Moment mal. Wo ist hier, äh, das Ziel? Weil das M bleibt draußen, wenn ich reingehe. Ach. Ja, äh, also, das war jetzt auch unnötig, oder? Das war eine Dodge. Okay, sie war aber auch sehr krank nach diesem Mercedes raus. Wie heißt sie nochmal? Warum schmeißt er die Alte nicht raus? Oh, da war wieder ein gelber Punkt? Habe ich Will Talk nicht gesehen diesmal. Um, da war wieder ein bisschen. Und sie hat ihn noch nicht gesehen. Ich würde es tun. Wie? Ich weiß nicht. Oh, du, sagst du? Du, sagst es einfach weg von mir und die Kinder. Du, Lohlife, Hormongering, Ass-Wipe. Hat jemand gesagt Yoga? Hat sie nicht rumgeruhrt. AMG GTS, ja, ich glaub den nein. Ja, AMG GTS meinte ich. Ey, dieser Typ, der nervt. Baller den einfach ab. Ja, ich glaube, das ist das. Das ist das. Wir beginnen. Katasana. Ja. 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 Eins, zwei, drei. Es ist perfekt. Jetzt, mein Gott. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ruh. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Jetzt. In through the bloated nose. And out through those wrinkled lips. Da. Strong. Like an erection of your youth. Langweiligste Mission. Ja, glaub auch. In the nose. Out the nose. Okay, Doc? Einfach Wario-Ware. Out through those wrinkled lips. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes, when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Oh, wow. Oh, die Position ist aber interessant. You feel that? The emotion inside? Let it go! Michael, join us. I feel like I'm channeling bullshit right now. You can breathe, can't you? Very good. Now let it go. He's actually trying. I can't believe it. Breathe, Michael. Keep this up and we might actually have a shared interest. Ah, refit. Stimmt, das könnte refit sein. Just exhale, Michael. There! Let it go! Nicht hinfallen. Was ist mit dir? War das zu komplex für dich? Oh nein. Oh nein. You breathe. Ist jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. Also, ich weiß nicht. Drei, vier Mal hätte gereicht. How many years of marriage? And this is the first time, he's taken an interest in my hobbies. Aber hey, immerhin kann man einen chilligen, äh, Blick da nach links wagen. Are you taking this seriously? Or is this some elaborate way to get it? So unsympathisch. You can breathe, can't you? Now think of all the strippers who've been over to pick up your dollar bills. Warum fällt er hier immer um? Weil ich mein, ich mach's ja anscheinend auch richtig. Please, Michael. Ah, ja, okay. Out through the mouth. I'm waiting for him to turn this into one of his episodes. Yeah, I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children. That's as much as we are the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. Hmm. He may surprise you. Plank. Plank? Chataranga. Chata. Yeah. Feel the flow. Mm-mm. Everything is flowing in me. Und ihr müsst euch mal vorstellen, der kriegt wahrscheinlich dafür mehrere tausend Dollar. Mike. Would you? Oh, jetzt ist aber echt langsam. Breathing is almost the most important thing, no? Out through the mouth. Okay. Erstmal Yoga. Yo. Danke für die Zerfünchzig. Gabriel. Aber Respekt, dass es sich nichts bricht. Take the air and release it. Let it out. Your inner eye. Ich kriege jetzt langsam Krämpfe und ich bediene nur einen Controller. Der Typ hat eine eigene Website. Wow. Breathing is almost the most important thing, no? Exhale. Look at the concentration on his face. It's like a gorilla with a cell phone. Breathe, please, Michael. If it's too much, just go into child's pose. Take in the air and release it. You were privat schon mal gemacht, no. When we met, he was actually limber. You have come a long way today, Michael. Yes, later you will cry like a baby. Right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Michael. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. Back back. Yes, there. Oh! 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 What? Hey! Enough of that shit! Yoga is the answer, Michael. But what is the question? Uh, why am I such a moron? We are leaving, and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that... phony... French... fucking yogi! Ah! Okay... Jimmy! Are you still here? Are you still here? And then we didn't get a reward. Im Gegenteil. Belastend... Wait, shall I go up? James! Ah, in so ein Scheißzimmer. Natürlich zockt er wieder, war klar. Ja, so Psychopathen sind sie beide auf jeden Fall. Sie und er. Aber ich glaube, mit ihm wird es wieder lustig. Die letzte Mission mit dem Sohn war auch schon ganz geil. Bin mal gespannt. Boah, was würde ich jetzt für einen Burger geben? Ja, nice to see the kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we go down to the diner after class every day. You know, getting over shakes, fries. Wechselt ja nicht das Auto. Ach, als ob. Ja, gut. Dann halt nicht. Huch? Du bist so klischee. Oh, das ist der Dope-smokin-game-planer-liv-at-home-world-hows-him-a-living-millennium. Ich wusste es. Ich wusste es. Der Masch war's geschehen. Der Monster hat sich verletzt. Was du sagst? Der reale du. Der bitter, vindictive olden Mann. Du sprichst du bist ein Vater, aber du möchtest mich, nicht du? Ich bin nicht möchtest, Jim. Wie viele Male? Ich liebe dich. Ich bin, ich bin, wenn ich nicht das richtig expressiere. Aber warum denkst du, dass wir hier zusammenkommen sind? Weil du dich schützt und schützt bist alleine? Oh, jetzt bist du ein Psychologer Armstärger. Wie die resten der Stadt. Du hast mich hier gebracht, Michael. Nicht zufrieden, wenn du ein paar von den Razzle Dazzle rutschst. Ich dachte, du wärst dir dein Kopf. Du kannst du ein paar von den Bullshit sehen. Vielleicht ist das, was ich versuchen, zu tun. Wenn du denkst, dass du in einer Stadt mit einem Idioten mit deinen Mid-Western-Pickett-Fence-Values bist, du musst wirklich meinen Freund kennenlernen? Ja, ich bin wirklich. Lecker. Da ist er, der freundliche Nachwuchs-Drugdealer. Yo, Brumman, wo ist das? Was ist das für einer? Schön, dass du dich sehen kannst. Was machst du mit Tricks, um diesen Schein zu bezahlen? Hey, wer ist dein alter Mann? Das ist mein Vater. Oh, all right, Mr. DeSanto. Ja, bist du das Kind, der jemals-Pot-Pot-Pot-Pack-Pack-Pack-Pack? Oh, Jimmy, Bro, dein Vater ist lustig, Mann. Komm, mach das, mach das und wir gehen. Oh, ja, du hast das andere Ding? Oh, ja, ja, ja. Komm, Mann, was für die F***? Jimmy? Just, just, hold on a second. Oh, all right, all right, later on. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. Oh, ja, gut, war jetzt aber auch ein bisschen unnötig. So, uh, want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between-the-white-lines, friend-to-the-pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Okay, your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? Okay. Was ist denn jetzt los? Oh, ja. Ich verstehe. Oh, Mann. I'll stop it. Oh, what was in that thing? It's harmless. That's what I'm using it for drinking. What? You're not sanitizing me? You fucking take in from yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving it. Oh, all right? You're too crazy, Jack. No way. Aber was davon ist echt, ich glaube, ich glaube, das träumt er jetzt nur. War das Wunderblumen-Saft oder wie? Aliens! Oh, all right. You're too crazy. Du 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 du. Eww alles klar. Super GTA Wander. Was ist das bitte für ein geisteskranker Trippi? Ja, kotzt es lieber aus. Besser ist es. Oh, also hat er ihn wirklich rausgeschmissen? Heftig. Aber was kann ich tun damit die Drogen nachlassen? Ja, sorry. Okay, scheint wieder zu gehen. Ja, dann nehme ich alles zurück, dann war das doch sehr lustig. Das gibt jetzt erstmal vier Wochen Hausarrest. Komm her, du Scheißgerl. Abschiedsbrief oder was? Ich glaube, du hast endlich verloren. Das ist ein Film. Das ist nicht das. Ich denke, ich werde mit einem Verwaltungen sprechen. Ich bin einfach wirklich verwirrt. Bitte, versuche nicht zu uns zu kontaktieren und versuche nicht, sich zu töten. Amanda. Alter. Was ne Bitch. Hausarrest, der findet das geil. Oh, stimmt. Du hast recht. Dann kann er ja noch mehr zocken, ne? Wobei, er könnte sich dann keine Burger mehr holen und würde verhungern. Aber gut, dann wird er wenigstens wieder dünn. Wir haben ihn beide so hops genommen. Wer soll froh sein, dass die weg sind, ey. Lass mal ganz kurz in die Aktien reinschauen. Okay. Schon mal nicht schlecht, dass es allgemein gestiegen ist. 2,6 Prozent. Ja, ist noch nicht genug. Aber nice. Recht hat sie. Ne, man. Also, sie ist doch wirklich nicht besser als er. Absolut nicht. Aber ich glaube, ich würde das abgeschlossen lassen und mit ihm erstmal nicht weitermachen. Gucken wir vielleicht noch ganz kurz zu ihm hier. Loll. Der hatte doch auch eine Mission. Genau, direkt hier vorne eigentlich. Familie hat ihn gerade verlassen. Erstmal Aktien checken. Ja, keine Ahnung. Also, ich finde die halt alle komplett lost. Deswegen wäre ich an seiner Stelle halt schon froh, ne? Ich wollte die Karre eigentlich klauen. Oh oh. Du musst zu Trevor? Wirklich müssen? Ja, aber dann wäre doch das T nicht da. Ach, das haben die Bullying jetzt natürlich mitbekommen. Aber warte. Ihr habt gesagt, man kann die Mission trotzdem starten. Kommen wir das mal aus. Man müsste halt nur wissen, äh, wo sie losgeht, ne? Oh. Beim Taxi musst du beim Einsteigen halten zum Klauen. Ah ja, okay, gut. Der Hundi! Wie hieß der nochmal? Oh man. 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 here. Hey. Why don't you go get yourself something nice, okay? Oh... Thank you! Es... Es is $7. Dollar I said something nice Not expensive You wanna be a greedy fucking cow? Huh? No Now get the fuck out of here Alright You men are all the same Man, what the fuck you doing here? Here with the boy The boys What? I'm fucking new in town I'm making friends, alright? Now let's party Look, I had plans on getting some rest Until this clown and my aunt Came and fucked that up My nigga, I just came over here To holly at you about the little thing Man, I said I'm tired, dog Was ist das Ding? Ich liebe Dinge. Ich bin der König von Dinge. Ich hab dich nicht gesprochen, Mann. Hey, wir machen etwas über das Ding, okay? Was ist das Ding? Wir sprechen über das kleine Stretz-Ding, Mann. Es ist schön, perfekt. Es ist ein Gangbang. Los geht's! Wer ist das Ding, Mann? Wer ist das Ding? Wer ist das Ding, Mann? Wie ist das Ding, Mann? Trevor mal wieder zu real. Das ist jetzt eine der geilsten Missionen. Oh, nice. Dann, äh, glaub ich, ist das unser perfekter Abschluss für heute. Also müssen wir noch unseren Encounter heute ein bisschen hochschrauben. Trevor ist einfach der Beste. Ja, es kommt drauf an, aber ich, ich hab ihn heute auch etwas, etwas lieber gewonnen. Hey, be on point, this fool janky. Courier-Service. Package to collect. You got the grip? Present in the County Farm. You like that, huh? Now we talking. Sample? Hm. Now we talking! Ha 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 ha. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well let's go! How about a taste? Das ist ne Ansage, dass... Das stimmt. Alter, scheiße, Mann. Was hat er eigentlich für ne Fähigkeit? Gar keine? Mann, warum kommen da so viele auf einmal? Haben wir die Sniper noch? Echt? Geil. Joa, wie das eskaliert! Digga! Branklin hat nur Slow-Mo fahren. Hm. Granatenwerfer wäre jetzt noch geil, aber haben wir nicht. Ah, aber warte mal. Wir könnten ja auch zu Trevor. Ich glaube, der hat gerade eh ein paar Probleme. Eigentlich hat doch auch der den Granatwerfer, ne? Ah, keine Muni. Aber wir haben noch Haftbomben. Ach, scheiße, warum wirft er die jetzt so weit? Wie kann ich die überhaupt zünden? Ah, aufgeh. Okay, 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 okay. Aber ich glaube, ich renne da jetzt rein mit dem Rage-Mode. Ah, fuck, wo ist der? Wo ist der? Da. Ja, das war die bessere Entscheidung. Das war eigentlich ganz gut so. Aber erinnert mich mal dran, dass wir neue Granatwerfer-Munition kaufen. Oh, scheiße, 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 was geht denn jetzt ab? Dein Ernst? Als ob die... Die Waffe hat gar keine Munition mehr anscheinend. Konnte jedenfalls gerade nicht schießen. Okay. Let's clear out! Dammit. War kurz knapp, aber jetzt räumen wir dann doch mal auf. Ruf mal die Bullen. Ja, genau. Die würden uns ja genauso festnehmen. Ich glaube, ich habe gerade auch einen Sepo geschossen. Voll dumm. Ach, jetzt kommt die Polizei ja sowieso. Nein. Bro, ich kann das alles nicht mehr. Scheiße. Jo, aber das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Okay. Haftbomben sind auch richtig nice. Drehen die da wieder ein Po? Ja. Oh scheiße, gleich vier Sterne. Stimmt. Ja, vielleicht sollten wir im Wasser bleiben. Wohin? In den Missionen gibt es eh ein Sterne-Limit. Ach so. Okay. Franky hat doch eine Frau an Bord. Nein. Nein. Ey, ihr habt mich jetzt abgelenkt wegen der Frau. Ich wollte bisschen gucken wegen... Ach. Weil die Bikinis die sahen schon gut aus. Och nöööööööööö. Aber Checkpoint ist bestimmt am Anfang von der Bootszene. Ja. Ach, oh, oh, am Anfang hat er sie noch. Aber die fällt dann wohl ins Wasser. Tja, Trevors Notgeilheit hat ihn dann wohl leider doch gekillt. Jetzt ist sie gerade über Bord gesprungen. Das war jetzt so ein richtiger Männer-typisch Männer-Dev. Ey, wie werden wir den Heli denn jetzt los? Warte, wäre es jetzt besser, an Land zu gehen? Ja, ich glaube, ich fahre vorher und gehe dann an Land. Vielleicht kriegen wir dann schnell ein Auto und können abhauen. Wobei da halt auch einige Streifen stehen. Boah, Junge. Na, komm. Ey, ne. Das Spiel ist einfach nur crazy. Kann da jetzt auch nicht unendlich rennen. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Und ich glaube nicht, dass hier viele Autos sind. Ey, du bist hier halt auch wirklich am Arsch der Welt. Aber sie sehen mich auch nicht mehr wirklich. Das ist gut. Wo zum Teufel ist Franklin eigentlich hin? Der hat mich jetzt übelst im Stich gelassen, oder? Drecksau. Ah, okay. Natürlich. Ja, denke, das war wirklich ein sehr guter Abschluss für heute. Wenn ihr wollt, geht's morgen Abend weiter. Lasst gerne einen Like für diese drei Chaoten da. War auch heute wieder sehr, sehr nice. Und vielleicht geht's morgen weiter. Mit GTA 5. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke fürs Zuschauen und für die Tipps. Jo, das mache ich auch immer. Gute Nacht. manyす matricks. Ich wünsche euch gleich bis zum nächsten Mal. Tschüss ist noite. którzy bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss! Vielen Dank.